Oh, er klingelt gerade, wir unterbrechen mal kurz. Okay. Dann wird es gleich ein schnelles Schlag. Da muss gleich jeder schnell schlagen. Jeder hat einen Versuch, sonst 13 Schläge. Das ist ja auch mal was Neues, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen hier. Ich weiß gar nicht, ob Jame weiß, dass die Zeit weiterläuft. Wer hier trifft, hat auch noch Masha's Match gewonnen. Und das war das erste Viertel. Können wir einfach die Map nochmal neu starten. Auf wovon zählt ihr? Ich ziehe noch gar nicht. Ich habe keinen Bock hier die ganze Zeit die Maus in der Hand zu halten. Nee, voll anstrengend. Macht das einfach gleich so spontan aus meinem Bauch raus. Ich versuche einen neuen Trick mir auszudenken. Ich schlage nach hinten gegen die Wand mit Vollspeed. Oh Gott, das klappt dann. Ja, das mache ich auch. Das ist er vielleicht. Und das war die Hälfte. Oh, und sonst? Ich hoffe, es hat ein bisschen schöner aus, das Wetter ist hier. Hier fängt er gleich an zu regnen. Hier geht es, also in Osnabrück geht es ab. Also ist geil. Dann schlagen wir bei drei Sekunden. Okay. Bei fünf, damit der Ball auch rollen kann. Ja, bei fünf, alles klar. Jetzt ziele ich auch. Ja, schon mal zwei Sekunden an den Finger. Ich überlege doch, ich kämpfe doch gerade mit mir, wie stark ich ziele. Ich wüsste aber noch nicht so ganz. Das sieht so nah aus. Aber ist ein Sprung, glaube ich, mit dabei. Na, Jungs. Zwei Sekunden. Gleich geht es los. Die einzige Chance. Und go. Das ist der Weg. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Wie geil. Ich weiß, Jay. Wir müssen gleich die Map neu starten. Ja? Das darf keiner den Jay erzählen. Das darf keiner den Jay erzählen. Ey, nach hinten mit vier. Okay, dann musst du ja die Aufnahme mit reinnehmen. Nach vorne mit 2,4, Jalu. Nein, nein, wir lassen Jale zuerst schlagen. Der eine war ja, also 2,4 ist ja ziemlich knapp, aber nach hinten mit Vollspeed ist ja, da kannst du ja nichts falsch machen. Also ich hab übrigens nach vorne mit drin. Fangen wir nochmal neu an? Ja. Ja.